Björn Höcke ist ein Faschist. Ein Satz, der seit 2019 in aller Munde ist, da das Verbot dieses Satzes gerichtlich als unzulässig erklärt worden ist. Wenn man aber der Staatsanwaltschaft Frankfurt Glauben schenken mag, dann gibt es jetzt sozusagen das Upgrade dieser Aussage. Und das heißt, es soll erlaubt sein zu sagen, Björn Höcke ist ein Nazi. Was da los ist und ob der Fraktionsvorsitzende der AfD in Thüringen tatsächlich jetzt von jedermann als Nazi bezeichnet werden darf, das klären wir in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und das Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht in Meiningen 2019, das hat ganz schön Wellen gemacht. Denn es ging darum, dass im thüringischen Eisenach AfD Gegner demonstrieren wollten. Sie hat eine Demo angemeldet und das Motto sollte lauten Protest gegen die rassistische AfD, insbesondere gegen den Faschisten Björn Höcke. Die Stadt Eisenach hat die Demo unter die Auflage gestellt, dass man gesagt hat, naja, man darf auf keinen Fall den Björn Höcke als Faschisten bezeichnen, denn das wäre eine Beleidigung. Die Demonstranten sind im Eilverfahren dagegen vorgegangen und das Gericht hat gesagt, das Verwaltungsgericht in Meiningen, es gibt genügend belegbare Tatsachen und dass Björn Höcke als Faschist bezeichnet werden darf und man darf das als Meinung entsprechend so kundtun. Deswegen sind solche Plakate, Björn Höcke darf als Faschist bezeichnet werden, tatsächlich in der Vergangenheit immer wieder aufgetaucht. Aber was die Staatsanwaltschaft in Frankfurter jetzt vom Stapel gelassen hat, ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Das setzt dem Ganzen die Krone auf, denn sie sagen, es ist nicht aus der Luft gegriffen, dass der Satz, Björn Höcke ist ein Nazi, auf einer Tatsachengrundlage beruht. Und deswegen soll er keine Beleidigung sein. Also wirklich Björn Höcke 2.0, nicht nur Faschist, sondern Nazi. Und ganz schön krass, immerhin der Landesvorsitzende einer in Deutschland zu Recht zugelassenen Partei. Also die Partei selbst ist ja nicht verboten, die AfD ist ja nicht verboten. Also insofern schon heftig. Schauen wir uns das mal genauer an, wie es dazu gekommen ist und wie die Begründung des Gerichts letztendlich ausgefallen ist, warum man Björn Höcke in dieser Konstellation als Nazi bezeichnen darf. Es gibt eine Vereinigung und die Vereinigung heißt Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Die ist in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit mit verschiedenen Bannern aufgetreten und die sehen so auf. Björn Höcke ist ein Nazi, genau um solche Banner geht es hier. Da steht es schwarz-rot auf weiß, Björn Höcke ist ein Nazi. Und insofern schon einiges härter als nur Björn Höcke ist ein Faschist. Dieser Bund, der wurde 1947 als Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes von Überlebenden und Widerstandskämpfern gegründet. Also hier sieht man, was die für Ziele haben. Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Und das sind eben Überlebende des Naziregimes. Und naja, die wollen eben, das waren Verfolgte in alle Richtungen. Fakt ist jedenfalls, dass es eine Kampagne dann gab, Aufstehen gegen Rassismus heißt die. Und im Rahmen dieser Kampagne gab es eben auch diese Kampagne Stoppt die AfD, Björn Höcke ist ein Nazi. Daher kamen dann unter anderem die Banner, die ich euch vorhin gezeigt habe. Und es geht eben darum, dass man eben solche Banner auch tatsächlich hier verbreitet. Hintergrund ist, man möchte die fortschreitende Normalisierung der AfD stoppen, dem entgegentreten. Und es gilt zu verhindern, dass Höcke und sein Landesverband bei den Landtagswahlen in Thüringen 2024 stärkste Kraft wird. Dagegen richtet sich eben die Aktion Aufstehen gegen Rassismus. Warum die Höcke jetzt Nazi nennen, das wird auf der Seite sehr genau erklärt. Sie sagen also, dass es Höckes Ziel ist, einen Systemwechsel herbeizuführen und die Errichtung einer faschistischen Diktatur durch Zerschlagung demokratischer Errungenschaften. Das heißt, die Säulen, auf denen unser Staat heute beruht, an denen wackelt, Björn Höcke nach Meinung dieser Initiative. Und er möchte eben im Prinzip wieder eine faschistische Diktatur, wie wir es unter Hitler erlebt haben, errichten. Das sind sozusagen Aussagen, die von dieser Vereinigung entsprechend getroffen werden. Jetzt ist dieses Schild, Björn Höcke ist ein Nazi, nicht überall positiv angekommen. Und so hat die Staatsanwaltschaft erst einmal ermittelt, wegen 188 Strafgesetzbuch. Also, gucken wir uns das mal an. Gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung. Na klar, Björn Höcke ist eine sehr bekannte Person des politischen Lebens und da haben die gesagt, ja, hier haben wir eine Beleidigung durch diese Transparente, weil man ihn als Nazi bezeichnet. Es wurde oftmals dieses Transparent verwendet. Am 7. Mai in Königstein am Taunus gab es ein Transparent, ein selbstgebasteltes Transparent. Und das musste dann eingepackt werden. Da gab es Ermittlungsverfahren gegen den Landessprecher des Bundes, der Verfolgten hier. Dann wurde in Sachsen, in Chemnitz auch gegen vier Aktivisten ermittelt. Dazu gab es auch einen Tweet, den ich hier noch rausgefunden habe. Schon wieder Beschlagnahmung wegen Höcke ist ein Nazi. Dabei hatten wir doch eigentlich gerade geklärt. Ist bei der sächsischen Polizei wohl noch nicht angekommen. Also dann haben die das Transparent eben entsprechend beschlagnahmt. Dann gab es beim Kirchentag in Nürnberg auch Transparente, die ausgerollt worden sind. Da wurde gegen den Bundesgeschäftsführer ermittelt, Thomas Wilms, den Landesvorsitzenden aus Schleswig-Holstein und ein weiteres Mitglied. Die schleswig-holsteinische Landesvorsitzende wurde sogar in Gewahrsam genommen. Also die Polizei hat überall gegen dieses Plakat vorgegangen. Und es hat auch die Bundesvorsitzende des Verbandes, Cornelia Kehrt, erwischt. Gegen sie ermittelt gerade das LKA in Hamburg auch da wieder ein Plakat, auf dem stand, Höcke ist ein Nazi. Also das ist jetzt nicht Cornelia Kehrt, aber so sehen eben diese Plakate aus. Und in dem ältesten Verfahren, das ist das Verfahren vom Juni in Königstein, da hat jetzt die zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt das Verfahren eingestellt. Das heißt, sie haben zwar erst begonnen wegen Anfangsverdacht dieser Beleidigung, aber haben jetzt gesagt, nee, die Aussage, Björn Höcke ist ein Nazi, ist keine Beleidigung, sondern ein an Tatsachen geknüpftes Werturteil. Das erinnert ja sehr an die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Meiningen, Höcke ist ein Faschist. Und jetzt sagt man, nee, genau so kann man auch mit Tatsachen seine Meinung darlegen, dass Höcke ein Nazi ist. Und da gehe ich jetzt gleich im Detail darauf ein, warum das Gericht hier der Meinung ist, Höcke darf als Nazi bezeichnet werden. Kurz für euch noch eine kleine Verdienstmöglichkeit, wenn man so will, falls ihr vom Meta-Datenleck betroffen seid, beispielsweise weil ihr ein Facebook-Account habt, checkt mal kurz aus, ob ihr betroffen seid. Da solltet ihr nicht die Chance auf 1000 Euro Schadenersatz verpassen über den QR-Code oder unten in der Caption, da ist der Link. Einfach nur kurz die Handynummer eingeben und wir sagen euch, ob ihr einen Anspruch auf 1000 Euro habt, den solltet ihr wirklich nicht verpassen. Ja, also beim Verwaltungsgericht Meiningen, da war das genauso. Da hat man gesagt, die Stadt Eisenach wollte eben diese Demo nur unter Auflagen erlauben, dass da nirgendwo steht, Höcke ist ein Faschist. Aber das Verwaltungsgericht hat gesagt, naja, die Demonstranten haben überzeugend dargelegt, dass Höcke wirklich auch ein Faschist ist. Das ist nicht nur aus der Luft gegriffen, denn es beruhte auf überprüfbaren Tatsachengrundlagen. Das heißt, sie haben genügend Material gesammelt über Björn Höcke, um zu sagen, ja, der kann wirklich als Faschist bezeichnet werden. Seitdem ist es quasi in Mode gekommen, Höcke als Faschisten zu bezeichnen. Aber Achtung, es gab eine Entscheidung des Hamburger Landgerichts aus März 2020, da hat der Berliner FDP-Vorsitzende Sebastian Czaja die Aussage, Höcke sei gerichtlich zum Faschisten erklärt worden, verboten bekommen. Also Höcke hat sich dagegen gewehrt und die Hamburger Richter haben gesagt, ja, wir haben nur gesagt, dass es damals in Ordnung war, Höcke als Faschisten zu bezeichnen. Wir haben aber nicht als Gericht gesagt, Höcke kann in allen Situationen als Faschist bezeichnet werden. Schon ziemlich spitzwindig und Höcke spielt mit der ganzen Sache mal, geht ja dagegen vor, mal nicht. Vielleicht will er ja auch als Faschist bezeichnet werden, keine Ahnung, vielleicht macht ihm das eigentlich nichts aus, aber da macht es ihm was aus, dass das Gericht das festgestellt hat. Also, ich meine so, er ist ein Grenzgänger, ein starker Grenzgänger, er lotet alles aus. Ich habe ja letztens auch über so die Strafverfahren gegen ihn berichtet, weil er immer wieder Nazi-Parolen in den Mund nimmt, aber wieder sagt, ach nee, alles für Deutschland, das sind Nazi-Parole, wusste ich gar nicht. Er war Geschichtslehrer, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Er wusste sehr schön, was er da sagt, naja, aber das alles, was er da so von sich tut, haben die gesammelt. Das Netzwerk sammelt das und führt das jetzt auch an, um zu beweisen, dass es eine Tatsachengrundlage dafür gibt, die Meinung zu äußern, dass er ein Nazi ist. Also, Staatsanwaltschaft in Frankfurt, die hat jetzt die Ermittlungen eingestellt, hat gesagt, nö, das ist auch an Tatsachen geknüpftes Meinungsäußerung. Ja, zunächst mal, eigentlich muss man Meinungsäußerungen trennen von Tatsachen. Tatsachen sind dem Beweis zugänglich, ja, insofern ist es ein bisschen komisch, wenn man jetzt sagt, was soll das, ist das eine Meinungsäußerung oder ist das eine Tatsachenbehauptung? Naja, hier muss man sagen, ein Werturteil, also eine Meinung, das auf Tatsachen beruht. Damit meint die Staatsanwaltschaft, dass die Aussage, Höck ist ein Nazi, zwar noch eine eigene Meinung ist, aber es dafür objektiv nachprüfbare Beweise gibt. Und deswegen ist es eben keine Beleidigung, keine Schmähkritik. Also, wir haben eine Meinung, jemand meint, er ist ein Nazi, aber kann das auch belegen. Das ist nicht nur ein Ablästern über Björn Höcke, sondern er kann das belegen anhand von konkreten Beispielen. Und diese Beispiele sieht man hier, Anonymous Deutschland hat zum Beispiel ein paar Beispiele, was Höcke so von sich gibt. Hier bei Twitter, naja, davon gibt es tausende Beispiele, aber jetzt mal das hier. Die Altparteien sind nicht nur inhaltlich erstarrt, sie sind inhaltlich entachtet. Das sind so Nazi-Wörter. Auch wenn wir leider ein paar Volksteile in Deutschland verlieren werden, die zu schwach nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen. Das sind so Nazi-Parolen, die da rausgekommen sind. Und deswegen hat die Staatsanwaltschaft hier auch gesagt, ja, das führt im Gesamtkontext wohl dazu, dass man wirklich seine Meinung vertreten kann. Der ist ein Nazi. Das sieht man also hier, da haben verschiedene Medien auch entsprechend darüber berichtet, warum er als Nazi bezeichnet werden kann. Die Staatsanwaltschaft sagt konkret vor dem Hintergrund, dass der Betroffene nach allgemeiner Auffassung an Björn Höcke dem äußersten rechten Rand seiner Partei angehört, sich in den letzten Jahren ausweislich einer Vielzahl von Presseveröffentlichungen in eindeutig nationalistisch-völkischer Weise mit rassistischen Anklängen und unter Hervorhebung eines natürlichen Führungsanspruchs der Deutschen geäußert und sich dabei immer wieder Formulierungen bedient hat, die zum Standardvokabular der Vertreter des Nationalsozialismus von Mai 1945 gehören. Kann er auch als Nazi bezeichnet werden. Also das ist schon harter Tobak, muss man sagen. Sie sagen, weil er einfach ständig Nazi-Vokabular benutzt und sich wie ein Nazi verhält, kann er auch als Nazi bezeichnet werden. Kann man jedenfalls der Meinung sein, dass er ein Nazi ist. Und er muss sich diese Rhetorik gefallen lassen. Ja, und die Frage ist, darf jetzt jeder einfach so Björn Höcke als Nazi bezeichnen? Da muss ich sagen, nein. Es handelt sich natürlich hier, wie beim Urteil des Verwaltungsgerichts Meiningen, nicht um irgendeine grundsätzliche Entscheidung, sondern es ging hier bei der Staatsanwaltschaft in Frankfurt um eine bestimmte Meinungsäußerung in einem bestimmten Kontext, wo eben gesagt worden ist, das ist hier keine Beleidigung. Man hat genügend Tatsachen vorgetragen, dass man Björn Höcke in dieser Situation, auch wie er sich geäußert hat, als im Vergleich wie ein Nazi bezeichnen darf. Er hat eine Tendenz, ein Nazi zu sein. Das ist schon krass, muss ich sagen, als Landesvorsitzender einer in Deutschland zugelassenen Partei. Und jetzt hofft natürlich der Bund, dass die Staatsanwaltschaften auch die anderen Verfahren entsprechend einstellen. Ihr habt es ja gerade im Twitter-Posting gesehen, dass man sagt, hier die Aktionen aufstehen gegen Rassismus, warum ziehen die die Plakate noch ein, das ist doch offiziell festgestellt worden. Kann man jetzt so nicht sagen. Aber ich denke schon, dass man künftig keine Plakate mehr seitens der Polizei beschlagnahmen wird, nachdem jetzt diese Entscheidung da ist. Weil es auch jetzt andere Staatsanwaltschaften gab. Staatsanwaltschaft Chemnitz hat jetzt verlauten lassen, dass das kein Verdacht einer Straftat mehr bejaht, wenn man mit solchen Plakaten auf die Straße geht. Ermittlungen wurden da eingestellt. Also da geht es jetzt schon mehr und mehr in die Richtung, dass man sagt, ja, das ist jetzt auch en vogue. Das heißt, einerseits war es bislang immer so, man hat ihn als Faschisten bezeichnet und jetzt hat die Gegenbewegung es tatsächlich geschafft zu sagen, nennen wir das Kind doch einfach so, wie es ist. Er ist ein Nazi. Ja, also das muss man mal schauen, ob Höcke hier weitergeht. Wir gucken, ob das Verfahren gegen Cornelia Kehrt in Hamburg eingestellt wird, ob Bayern eingestellt wird. Wenn wir alles berichten, dann gibt es einige Verfahren. Vielleicht sehen unterschiedliche Geräte unterschiedlich. Wir werden hier euch jedenfalls auf dem Laufenden halten. Deswegen lohnt sich ein Abo für diesen Kanal auf jeden Fall. Erstmal in diesem konkreten Kontext durfte Björn Höcke als Nazi bezeichnet werden. Und das ist wirklich Upgrade 2.0. Es ist nicht nur Faschist, sondern hier in dem konkreten Kontext ein Nazi. Ebenfalls so bezeichnet worden im Rahmen der Aktion Aufstehen gegen Rassismus. Postet mal unten in die Kommentare. Jeder Fünfte von euch wählt ja leider die AfD. Das muss ich auch hier sagen. Ich bemerke auch hier echt Tendenzen, die ich als gefährlich finde. Das ist meine Meinung hier. Dass ich kein Freund der AfD bin, wisst ihr. Aber diese Einstufung des Gerichts zeigt ja auch, wohin Chefs dieser Partei, Landesvorsitzende, tendieren. Und das sehe ich als Gefahr. Und dahin geht auch diese gerichtliche Meinung, beziehungsweise die Meinung der Staatsanwaltschaft. Aber posten wollen die Comments. Kann ja jeder seine eigene Meinung zu haben. Noch ist die Partei in Deutschland jedenfalls nicht verboten. Es gibt auch keinen Verbotsantrag. Zum Verbotsantrag habe ich letztens ein eigenes Video gemacht. Wer das sehen will, guckt einfach nochmal unten in die Caption. Dazu habe ich euren Link gegeben. Kann man die AfD aktuell in Deutschland verbieten? Ansonsten hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis morgen.